Ja, also dann, hallo, hallo, ich bin Beatflitz, ich komme aus Kölbe, auch hier Hessen, also gar nicht mal so weit. Ups. Und ja, ich mache Beatbox. Und das ist im Prinzip ganz einfach erklärt, ich gehe auf die Straßen oder zu Hause, benutze meinen Mund und bekomme dafür dann Applaus. So ist das schön. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und wer von euch kennt denn, wer von euch weiß, was Beatbox überhaupt ist? Das ist schön. Bestimmt die Pöte, Katze, Pöte, Katze, richtig? Gut, kennt ihr auch das Pöte, Pärtchen, Pöte, Pärtchen? Mit Echo, Pöte, Pöte, Pärtchen. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und wir fangen mal ganz einfach an. Und zwar, wenn ich sage Beat, sagt ihr Box. Beat, Beat, Beat. Wenn ich sage Beat, sagt ihr Box. Beat, 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 beat. Oder schoninciere. Untertitelung. BR 2018 Alle. Come on, clap. Come on, clap. Come on, clap. Come on, clap. Come on. Come on. Come on. Ich fiebe dir selbst auf der Bühne. Das ist geil, ha? So, jetzt kommen wir zu dem lustigen Gerätchen hier. Also, wie lange habe ich ihn noch? Für mich. Gut. Das nennt man eine Loop Station. Wer von euch weiß, was das ist? Wow, mehr als gedacht. Gut, für die, die es nicht kennen. Im Prinzip ist es einfach nur eine Maschine, die, wenn ich, egal was ich mache, irgendwann einen Punkt aufnimmt und aufhört, wieder abzuspielen. Aufnimmt und aufhört, wieder abzuspielen. Aufnimmt und aufhört, wieder abzuspielen. Aufnimmt und das sind Dauerschleife. Und damit kann man Spuren aufnehmen, kann dann eigene Songs draus machen, wie zum Beispiel... Aufnimmt und aufhört, wieder abzuspielen. Gut, das ist ein avis wired-abusnel. Und ihr echt generiert wird, und du hast so, wenn ich mit meinem Flow über diese kleine Liebe bin so tight, mega fly, ich bin so frei, in meinem Mega-Freestyle, bist du frei? Nehme meine Gande, meine Hand und hau' wieder mit, geh mit dem Schädel und verbrei, ja. Was auch cool ist das hier? Läuft doch schon mal ganz gut. Wollt ihr noch was hören? Gut, dann einfach mal reinschreien. Welche Musikrichtung hört ihr denn gerne? Das ist gerade so schwierig mit Beatbox, wenn ich hau' natürlich nur Metal und Jazz raus höre. Ja, das wäre schon zu einfach. Pass auf, wir machen das mal, wir gehen mal Richtung in die heutige Zeit des fast schon einträglichen Jahrhunderts und gehen in Richtung, das Hab geht immer noch nicht, das kriege ich noch nicht hin, das dauert noch, ich übe noch dran. Und zwar gehen in Richtung des Elektro. Wer von euch kennt ja die Musikrichtung Trap. Zwei, drei, noch nicht. Dubstep ist was anderes. Und Trap ist das Coole dabei, Trap zeichnet einen ganz tiefen Bass aus. Zwei, drei, noch nicht. Musik? Ghost, like... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020